Was genau? Herzlich willkommen heute Abend in Wien, SimCity. Ein richtig, richtig schöner Abend bis hierhin. Ich finde das Publikum in Wien ist Bombe. Ich will auf jeden Fall wiederkommen. Wien, habt ihr Bock, dass wir mit dem Battle of Ornament starten, oder was? Zu meiner Linken bitte, als allererstes, ein Riesenapplaus. Heute Abend im BOH, macht mal Lärm für Tri-Souths. Und zu meiner Rechten, der junge Herr, auch bereit sich zu fetzen. Die beiden hatten schon einen Schlagabtausch. Und ich sage euch, das war wirklich, die Jungs haben auf einmal angefangen. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Streiten die sich da bei WhatsApp? Ich bin sehr gespannt. Das Blut kocht hoch. Wenn ihr es nicht gesehen habt, checkt nochmal die Instagram-Seite von Top Tier Takeover. Bitte ein Riesenlärm für Andres! So Jungs, ihr habt euch geeinigt. Wer von euch beiden wird anfangen in diesem Battle? Andres hat gesagt, er fängt an. Ich brauche absolute Ruhe. Jeder MC hat drei Runden. Wien, hört genau zu. Seid mal jetzt alle ruhig! Ja. Wien, ich bin heute hier, um mir eine schöne Zeit zu machen. Schöne Zeiten habe ich meistens, wenn ich so eine Flaschen schlachte. Sim City scheint zu passen. Denn du bist Fake. Ein Toy. Ein Sim. Und es wird leicht für mich. Dann arschkiss ich gleich von mit Bitch Slap einfach durch die ganze Stadt zu klatschen. Was denn, du kleiner Spaß? Hier geht es gleich mal ab, wie du überhaupt auf den Gedanken kamst, dass du mich schlagen kannst. Das ist mich schleierhaft. Anscheinend hättest du gern die Weizsicht vom Bike Adler oder Faltschacht, obwohl du kranker Vogel höchstens den Durchblick von dem Anus eines Maulwurfs hast. Yeah. Als ob du grauen Stab plus Dioptrien minus sieben hast. Also erklär, warum du Pfosten trotzdem seit neuestem mehr Auge als Szenik machst. Hä? Du Bitches, Bastard, meinst du chillst mit nicen Scheiß, der Tilsch vor schnappst mit Eisflaschen Wein und gespickt mit weißen Lions hatten Scheiß. Nachts allein, nackt nacheim, aber nein, Homie. So wie du aussiehst, lebst du in einem Tierporno und schreibst Liebeslieder für dicke Viecher, wie damals Gino Wine für seinen Pony. Riding my pony. Yeah, du erbärmlicher Parasit, laberst viel, meinst du wirst ein Ass im Spiel, aber hast keinen Stil. Andres aka, Assassil, klettert das Verbolzenschuss auf deine Schweinestirn, Assassin. Keine Knarren, aber Worte hab ich mehr als Magazin, also erzähl mir nix von Pen Game. Mein Stiftmarkt ist tödlich ernst, für mich ist das kein Spiel. Es bringt nix, dass du dich hier aufbaust wie ein Ikea-Regal, ist mir egal, ob du Bitch mich hasst, ich wichs dich platt. Bis du wieder bei deiner Mama durch den Pissschlitz passt, Fotze. Und jetzt ist Ladenschluss, denn wenn der Battle-Modus an ist, bloß ich zu einem Spaten mit der flachen Kante auf die schlaften Backen schlagen muss, hört der Laden bloß das Klatschenkuss, bevor er schlafen muss, wie Animus. Also wer, wer, wer will noch bezweifeln, dass ich den Spaste hier derbe ficke? Junge, das hier ist kein Battle, das ist aktive Sterbehilfe. Anschließend gleiche Schändung, ich komm, ich muss dich dabei vor, als ob ich grad diese Merkel fiste. Und du denkst, das wird ne enge Kiste? Auf keinen, denn was du bringst, banale Sätze. Was ich bring, fatale Action, aber nicht nur ein bisschen, sondern Splash. Bukake-mäßig, ich bin dann immer Kake-Fresse. Es heißt Barsofer-Jokes und ich verpass dir welche. Bis du kleines Elfchen gar nichts checken und dieser Ristin stirbst in diesem Haifischbecken. Wien, jetzt sagt es endlich. Taisers ist ein Bastard. Taisers ist ein Bastard. Taisers ist ein Bastard. Taisers ist ein Bastard. Zeit, du Faggot. Schöne und erste Runde von Andres. Wien, hört zu. Erste Runde, Taisers. Seid mal jetzt alle ruhig. Ich drehe also Tierpornos. Richtig nice. Wenn ich diesen Hund ficke, ist das der Beweis. Kurz vorweg. Taisers. Ja, einige Battles gemacht. Ja, einige Battles verkackt. Aber Knirps, genug von mir. Nun zu dir. Körperbau, einer hat mehr an fette Kinder. Darf ich vorstellen? Andres, der einzige MC mit mehr Matches in der Battle of Honor als auf Tinder. Das hier wird kein gutes Battle. Auch wenn ich dich, kleine, fette, sauje töte. Denn in einem guten Battle begegnen sich die Gegner auf Augenhöhe. Aber du bist ja nicht nur kleinwüchsig. Du bist ja auch kleingeistig. Was du in deinen Parts hier eben zeigst. Du hast nur zwei Arten von Lines. Du hast schlechte Lines. Und noch schlechtere Lines. Und hier ein paar Beispiele für euch als Beweis. Mit originaler Delivery. Seine Line gegen Triple Beat. Es ist Andres, der arrogante Wichser, bei dem der Cringe-Alarm startet, sobald er jedes Cypher betritt. Ja, durch dich startet der Cringe-Alarm. Ich dachte mir, eigentlich ist das taktisch gesehen nicht der geilste Schritt. Aber schauen wir doch mal, was da weiteres gibt. Bell gegen Mikesh. Unter freiem Himmel tragt es aus. Bei du und deine Lines. Man kannte beide bisher kaum. Und dann sagst du zu Mikesh, er sei der Behindertste im Raum. Draußen. Der Behindertste im Raum. Das ist ja nicht zu glauben. Mir ist auch klar, wie du drauf bist, das zu schreiben. Bei deiner Körpergröße könnte ich drinnen und draußen auch nicht unterscheiden. Aber Leute, mir wurde klar, der Cringe-Alarm startet nicht, wenn er die Cypher betritt. Er ist der Grund dafür, dass es diesen Scheiß-Alarm gibt. Du bist drinnen, draußen. Gilt das in anderen Situationen denn auch? Ich meine, sie fragt, bist du schon drinnen? Er sagt, merkst du nicht, er hängt raus. Wie war das? Damals, als du gesagt hast, dass du im Knast warst, standest du da draußen auf dem Parkplatz? Wenn du sagst, dass du meine Mutter übelst hart so penetrierst, bedeutet das, du warst nie drinnen hier? Und wenn er gleich konnte? Und wenn er gleich kontert, es ist Andres und ich ficke teils aus Mutter nicht. Ey, hier hast du einen Zehner, schneid das mal in den Videoclip. Reden wir mal Klartext, du Lappen. Du hast keine Punchlines, deine Bars hinter Trappen. Du kennst keine harten Ansassen, die Graspackets packen. Anfangs bekam ich Panikattacken. Wie kann ich es schaffen, dass die Leute über diesen Spaß nirgen lachen? Wie mache ich Anriss zum Affenbiss? Ich deine Battles sah und wusste, ich brauche gar nichts zu machen. Ich musste dich einfach deine Parts rappen lassen. Time, ich bin raus, äh, drinnen, sorry. Schöne erste Runde, Taisos! Seid mir jetzt alle ruhig! Ja, Hände hoch. Wer von euch kennt Cool Savas? Yeah, lebende Legende mit unvergessenen Punchlines wie Du Verräter hast mehr Väter als griechischer Salat? Oder Deine Frau mehr Pfund als eine englische Bank? Und jetzt ratet mal, wer die Lines 1 zu 1 in seinem Battle gegen MC Goiner gebracht hat? Richtig, Taisos der Bastard. Ja! Ja! Aber nicht als Hommage, passend zum Schema oder nice neu geflippt. Nein, er bringt sie einfach random und grinst dabei zufrieden, um zu zeigen, wie genial er doch ist. Taisos, du Bitch! Wien, zack ist für mich! Taisos, du Bitch! Ey, yo, chillt mal euer Leben. Ist doch kein Grund, den Namen Trottel zu mobben. Er hat sie nicht extra geklaut. Reiner Zufall. Doppelte Schöpfung. Ich kenn das. Sowas passiert wie Tomaten. Ihr könnt ihn nicht verstehen und wünscht, ihr würdet ihn nicht mehr sehen. Doch leider müsst ihr euch einen Sein am Blick gewöhnen. Denn es ist die Aura. Er will sie haben, diese Aura. Könnt ihr sie spüren, seine Aura? Nein, ich auch nicht. Denn du bist erbärmlich und dumm. Deine grenzenlose Selbstüberschätzung entfällt letztlich glücklicher Vernunft. Doch du bist jung. Panik und Hektik um dich herum. Ich kann wetten nach dem Battle heute Nacht im Hotel drin. Weinst im Bettchen. Machst dich nackig. Steigst in die Badewanne. Schneidst deine Arme und bringst dich um. Nein, du bist nicht der King of Rap. Nur der königliche Nader sich zu meinem Glück hier gerade zum Hans macht. Der, obwohl er einfach keine Zeilen hat, meint sein Style seit Zeit geschneidert. Doch vorhanden war da keiner des Kaisers neue Kleider. Fairytale, wenn es dich teistesten Artist King nennt. Ich verpasse dir einen märchenhaften Pferdekurs. Arschtritt Lindgren. Apropos, deine Mama, dieser dumme Grinch, ist wie Ariel die Meerjungfrau. Oben Fotze, unten Fisch. Ich will die Bitch-Lack-Hoden für ein bisschen Drogen. Mehr Real Talk geht nicht. Warum? An diesem Tisch wird nicht gelogen. Texas, du wurdest schon von so vielen Rappern untopisch gefickt. In deinem Anus hast du so viel Betrieb. Milliarden Spermien leben bei ihm. Im Arsch, Mann. Bei dir herrscht hinten so viel Verkehr. Man könnte denken, direkt hinter deinem Schließmuskel liegt Darmstadt. Was geht ab, Alter? Ey, yo, Wien, ich könnte ewig so weitermachen. Ich habe tausende Lines. Aber jetzt mache ich Time. Denn ihr habt lang genug gewartet, dass ein Teises erscheint. Profsann, sag was? Schöne zweite Runde von Andres. Behaltet die Ruhe bei, auch du dort vorne. Zweite Runde Teises, seid mal alle ruhig. Das ist Andres. Ihr glaubt, er sei einer von den Guten. Ihr habt lang genug gewartet, nämlich seine zwei Minuten. Runde zwei. Und ich könnte weiter Witze machen. Zum Beispiel, dass man nur zu gut sieht, wie sehr du Kuchen liebst. Dass du nach MC Goina Vizemeister bist. In Ich wiege was, was du nicht wiegst. Ich könnte erzählen, dass ich so ein Gefühl hatte. Der Lieblingsknopf auf seiner Fernbedienung, die Menütaste. Ich könnte erzählen von deiner Kindheit. Damals war die Wut in dir am Toben. Denn schon als Kind waren deine Finger zu fett, um in der Nase zu bohren. Aber ich mache keine Witze. Ich habe für dich Greis ja Erbarmen. Deswegen Tipp am Rande. Du bist zwar alt. Doch an der Bar kannst du heute nicht mehr mit Reichsmarkt bezahlen. Jetzt Schluss mit Lustig. Ich rate dir, nimm deine stumme Beine in die Hand und lauf, kleiner Mann. Worüber ich in diesem Part rede, ist deine, sagen wir mal, Karriere. Damit ihr wisst, was mein zweiter Part für ihn bedeutet, stellt euch vor. Rapper seit 97. Überzeugt, dass keiner auf einer Hip-Hop-Gen enttäuscht ist. Rough und hart. Zu niemandem freundlich. Immer am Start. In dieser Liga schon fünf Battles gemacht. Und jetzt hat er es geschafft, dass er nach 22 Jahren endlich gegen Tysos battlen darf. Dicker, krass. Keiner hier fragt sich, Battle gegen Tysos. Woher hat er diese Chance gekriegt? Alle stellen sich bloß die Frage, von wie weit unten du gekommen bist. 22 Jahre. Du webst schon mein ganzes Leben. Erzähl doch nicht, dass du dafür noch Geld kriegst. Du gehörst in ein Museum mit Native. Ich will auch nicht alles schwarz malen, doch dieser Gnom ist ein Versager. Spricht er mit all seinen Fans, wird das ein Dialog mit seinem Vater. Mann, du webst so lang wie Savage, Sido und Lars, Semidelux, Speedhead und Flair und da gibt's noch viele mehr. Doch sag mir bitte, wer waren deine Gegner bisher? Mikesh in seinem ersten Battle, mittlerweile ein Top-Tier. MC Goiner hat mittlerweile einen stabilen Hype, wie niemand sonst hier. Aris, manches Battle von ihm, war sogar gut. Triple Beat? Ja, dein Kaliber doch ebenfalls bekannter als du. Hopeless MC, von dem hat man schon mal gehört. Sick 69? Hat dich vor kurzem zerstört. King Lil C. Ich glaub, dazu muss ich nichts sagen. Und heute gegen Tysos, habt ihr da jetzt noch Fragen? Du hast absolut nichts vorzuweisen nach 22 Jahren. Es ist vorbei. Du lebst nicht mehr deinen Traum. Genau da, wo du gerade stehst, steht auch ein erfolgloser Freestyle-Rapper namens Tysos. Nur hat der dafür 18 Jahre weniger gebraucht. Wenn du's nicht verstehst, erklär ich's dir nochmal. Ganz simpel. Nach 22 Jahren steht dein großer Wagen immer noch nicht in deiner Garage, sondern immer noch an deinem Nachthimmel. Am Ende deiner Karriere stehst du im Battle Aufbaugegner gegen Aufbaugegner. Ja, mit dem Unterschied, dass ich die Bühne aufgebaut hab und sie wieder abbau später. Zusammengefasst, nach all der langen Zeit bist du kein anderes Kaliber. Du bist anderes, sonst niemand. Deine Zeit ist nicht vorbei. Deine Zeit hat's nie gegeben. Time. Okay. Gut, was hat er so gesagt? Fettlines, wie jeder meiner acht Gegner bisher. Junge, bleib vernünftig. Aus deinem Maul kommt so viel Scheiße raus, dein Arschloch ist schon eifersüchtig. Was hat er noch gesagt? Ach ja, ich bin alt. Uh, shit, war das hart, man. So alt, ich hab wirklich mal deine Mutter gefickt. Look, ich bin dein Vater. Und was ich gemacht hab in 20 Jahren Rap? Na, Platten verkaufen. Immerhin macht dich so 60.000. Und du? Wie lang rapst du jetzt? Wie lang machst du Battles? Vier Jahre oder so? Wie viel hast du verdient? 200 Euro und 4.000 Sticker? Du armseliger Pisser. Ja, egal. Genug gekontert, Alter. Pass auf. Jetzt haben wir eben schon sein Battle gegen MC Goiner erwähnt, ne? Was gab's denn da noch? Ein Battle gegen Fesas? Whack. Ein Battle gegen Chrom? Whack. Ein Battle gegen Cassius K? Whack. Junge, das einzige gute Battle, an dem du jemals teilgenommen hast, war das gegen Virus. Aber lass uns mal kurz überlegen, warum das zu Recht so ein Klassiker sein muss, ja? Waren Lines von dir wie, du kommst hier nicht an, ich bin Deutscher und sage sicher nicht lang? Wirklich ausschlaggebend wie deine Vaginalherpes-Mutter? Natürlich nicht. Ich mag Virus zwar nicht, aber Freestylen kann er schon böse. Und seine Rebuttles gegen deine vorgeschriebenen Freestyles wie die Excalibur-König von England-Referenz waren monströs. Man sieht dich wie so ein Mongo hat Feiern, weil du nicht glauben kannst, wie ihr deine Lines gerade zerstört. Anschließend fallt ihr Schwuletten euch in die Arme und springt im Kreis wie kleine Mädchen tanzen beim Sport. Virus hypt das Fuck, lacht wie ein Affe und heißt es schlägt sich auf die Brust und den Pansen, als wäre er genauso ein Schimpanse. Junge, das einzig Gute an dem Battle war wie Gia dich die ganze Zeit Tyrus nennt. Und jetzt kommt Virus gegen Tyrus. Ey yo, warum reimt sich eigentlich Tyrus auf Virus, yo? Und er so, no front, aber ich heiße eigentlich Tyrus, Bro. Peinlicher Scheiß, du Hau. Du kannst doch nix. So ein Typ, der nachts zusammengekauert, nachts am Bahnhof sitzt, während ich bei ihm zu Haus seiner Mama auf den Anus spritz. Ja, ich fick jetzt dich. Später deine Mutter und deinen Luder, du Spacken. Denn ich hab keinen Bock drauf, mich zu dem Loser einen auf Bruder zu machen. Wieder die gleiche Jacke? Koch' ne neue, Alter. Bleib mal schön vernünftig. Du bist so ne arme Socke, du würdest dein Essen mit drei Kartoffelchips von gut und günstig. Ja, und ich? Ich bin Comic-Held, Alter, wie Spider-Man. Nur als meine Mutter erzählte aus großer Kraftfolge große Verantwortung, sagte ich so, ach was? Bastard, du bist der letzte Trottel. Halt die Fresse, du Spaß. Und dann hab ich sie selbst zerschossen. Ich knippel dich gleich, blutig und weich. Brodi, das heißt, ich prügel mit Lein zu und Bass. Schwerer als ein Vorschlaghammer rein in deinen Kalbsrücken, du scheiß Krüppel. Kein Butterfly, du setzt an zu einem Schmetterlingschnitt. Panier dich mit Backpfeifen, zerschmetter dein Kinn. Deine Kumpels hauen dich in die Pfanne und das steht jetzt grausam. Denn ich spitt Feuer, bratisch, bis du aussiehst wie Niki Lauda. Hallo, hallo. Es ist Rap. Es ist eine Metapher. Läuft bei dir. Ja, ja, ja. Deine Mutter auch, du Fotzelecker. Ey, yo. Läuft bei dir. Komm mal hier. Pah, Rolling G. Lass dich für immer sitzen. Moment. Schmetterlingsschnitt, Vorschlaghammer, Kalbsrücken, prügelnde Lappen, Panieren und Braten. Das ist ein Wiener Schnitzel. Egal. Spitten mit heftigem Flow, gepaart mit für dich, nicht zu erreichen im Technikniveau. Lines flippen, Realtalk, generisches Zeug. Der Mix macht letztendlich die Show. Aufgeschrieben und gelernt in ca. einer Woche, was für weißt du nicht, der bessere Rapper bist, Bro. Und genau da liegt der Unterschied zwischen dem Rapper, der sich auf kleinsten Erfolgen ausruft, für die er selbst eigentlich gar nichts gezeigt hat, und dem MC, der sich gleich Markus nennen könnte, weil er sich Battle für Battle, wie keiner hier steigert. Am Ende bleibt nur die Frage, was du besser kannst als ich. Und die Antwort ist einfach nichts. Zeit, du Bitch. Und jetzt fang dich! Finish! Round 3, motherfucker! Schöne dritte und letzte Runde von Andres Wien! Und bitte, bitte alle mal, ihr könnt danach wieder, wir haben noch ein Freestyle-Turnier, da könnt ihr wieder durchdrehen, bitte ein bisschen Ruhe im Publikum. Dritte und letzte Runde von Theis aus Wien! Seid mal jetzt alle ruhig! Mit so einer Leistung glaubst du, du bist Spitze. Warum die Leute nicht feiern? Google-Witze. Ich fahr seit Jahren mit Tierstar und Gier auf Shows zurück in Berlin, sitz ich da mit meinen Homes. Also frag ich Lamin, wie kann mein dritter Part für seinen Untergang stehen? Lamin sagte, sei unangenehm. Aber reicht das schon? Und dann ist Andres gefickt? Also frag dich noch ein Homie, dessen dritter Part bekanntlich alles zerrippt. Der meinte, ein perfekter dritter Part sei utopisch. Aber stell ihm doch eine Frage. Was willst du eigentlich mal werden, wenn du groß bist? Und wie kamst du dazu, so ein Speckschwein zu sein? Vor dem Battle kam er in dem Backstage-Bereich. Ging ans Buffet, echt hässlicher Scheiß. Er aß Köfte mit Reis, Speck und auch Mais. Ketchup zum Fleisch. Exzenes Weiz. Zum Dissier ein Kilo. Leckeres Eis. Doch diese Reimkette ist genau wie sein Leben. Esser nimmt mit Fettleibigkeit. Du. Komm und gib ihm. Dann nicht. Okay. Du fetter, kleiner, bärtiger, umpa-lumpa. Fett, klein, wart von mir gefickt? Du kommst genau nach deiner Mutter. Du Klitorist. Schaust bei Pornos am liebsten POV. Aber aus ihrer Sicht. Und jetzt Schluss mit den Witzen. Du solltest wissen, hier geht's auch um Respekt. Meinst du, Tierstar zeigt dir Respekt? Nach so langer Zeit im Geschäft wirst du von ihm gegen Teils ausgesetzt. Meinst du, die Leute respektieren dich, wenn sie in deinem Parts peinlich berührt schweigen? Meinst du, deine Mutter respektiert dich, wenn sie sagt, Andres, mit dem Weppen lass bleiben. Geh besser arbeiten. Keiner gibt dir Respekt, weil du auch keinen verdient hast. Um als Andres den Respekt der Leute zu haben, fehlt vor deinem Namen ein Tierstar. Applaus Wir beide haben schon am Mic verkackt. Doch ich krieg ein wenig Respekt dafür, dass ich mich gesteigert hab. Wir beide verloren Battles, haben auf die Fresse bekommen. Doch ich hab auch ein paar meiner Battles gewonnen. Ich krieg wenig Respekt für meinen Werdegang. Das ist hier jedem klar. Doch du musst einsehen. Respekt kriegst du noch viel weniger. Und wofür denn auch? Und wofür denn auch? Denk doch mal nach. Allein heute, deine drei Parts. Was hast du in diesen sechs Minuten gesagt? Hast du das Battle gegen Virus ausgepackt? Die Niederlage, die mich bekannt gemacht hat. Erzählst du von meiner Diskografie, das einzige Album, was mir am Herzen liegt? Meine Patzern Interviews, meine 1000 Niederlagen, meine Überheblichkeit, meine Erfolgsquote in diesen Jahren. Warst du wieder nur oberflächlich oder hast du auch sehr tief gerappt? Kannst du nach deinem Battle sagen, das verdient Respekt? Welche Lines waren nötig? Und welche Lines waren möglich? Du stehst hier in deinem achten Battle. Mach dir nun bewusst, es geht nicht darum, welche Angriffsfläche dein Gegner hat, sondern wie du sie nutzt. Battle Rap hat mehr als dich verdient. Du gehörst hier echt nicht rein. Und siehst du es endlich ein, dann lass die letzten sechs Minuten von dir ab heute deine letzten sein. Ende. Teil. Yo, es gibt euch Respekt und ließ euch mal auf, aber meine Erzsüß. Ich frage mal den MC, der angefangen hat. Andres, was sagst du zu dem Battle heute Abend? Ja, was willst du da machen gegen die ganze Runde Fake and Real Talk, Alter? Nix. Aber, ey, yo, alles cool, alles cool, alles cool. Ey, für die, die Bock haben, ich hab ein paar CDs dabei, weil der Struggle ist real, Alter. Könnt ihr gern kaufen. Taisers, was sagst du zu dem Battle gegen Andres? Du hast ja. Ach, ich sag auch beide, kein Problem. Also, erstmal wegen diesen Sachen, was soll man auch machen. Vielleicht weniger Google-Witze und ein bisschen mehr Rappen. Aber, ey, RCD ist dabei, ich hab Lines dabei. Wer Bock hat, wir können ein bisschen rappen, Aftersyfer und so. Danke, dass ihr da wart und danke für diesen nice Puls. Okay, Dankeschön. Heute Abend in Wien im SimCity und hier stehe ich nun mit Andres und Taisers. Und die beiden Jungs haben sich ein, wie es im BOA so üblich ist, unjudged Match geliefert. Guckt euch das Match nochmal an. Schreibt nicht nur in die Kommentare, wie ihr das Match fandet, sondern checkt auch mal die Top-Tier-Takeover-Gruppe, die offizielle Gruppe bei Facebook aus. Geht einfach da rein. Die liebe Magda wird euch akzeptieren als Mitglied, wenn ihr dort nicht irgendwie nur Scheiße verbreitet, sondern euch über Better Rap austauschen wollt. Und dort gibt es eine Umfrage und dort könnt ihr entscheiden, ob Andres der Bessere war oder Taisers. Ich frag die Jungs beide, hier in Wien quasi ungewohntes Pflaster. Wie war das Match für dich? Du kennst Taisers. Ihr habt euch ein quasi Wort-Schrift-Gefecht vorher geliefert in der WhatsApp-Gruppe und dann aufeinander getroffen. Bist du zufrieden mit deiner Leistung? Also es war auf jeden Fall erstmal der stärkste Taisers, den ich je erlebt habe. Glaube ich, kann man wirklich so sagen. Ich fand, meine Lines kamen nicht so gut an. Ich weiß auch nicht warum. Er hat auf jeden Fall viel mehr Reaction gehabt. Live hätte ich es ihm gegeben jetzt. Weiß aber nicht, ob vielleicht auf Video, wenn dann die Lines vielleicht dann doch irgendwie ein bisschen besser ankommen, wie es dann aussieht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber er war super. War echt super. Das ist ja eh immer so das Ding und auch wir werden uns das nochmal auf dem Video angucken. Ich muss auch sagen, wirklich, wir haben ja vor dem Battle noch gesprochen. Wir haben uns schon vorher gesehen und ich habe gesagt, ja, wir haben uns vorher gesehen. Naja, hat ja nichts zu heißen. Ja, normal. Ne und ich habe einfach genug gesagt, Taisers, du musst an dich glauben und ich habe von der ersten Runde an bei ihm diesen Glauben gesehen. Und deswegen glaube ich, haben wir einfach den stärksten Taisers gesehen. Hast du auch selber den stärksten Taisers gesehen für dich? Ist ja immer schwer zu beurteilen, aber war das so? Ja, ich glaube tatsächlich, dass es einfach von der Präsenz und von der Art und Weise schon so mein bestes Match war. Ich habe auch so einen Tipp aus meiner Battle-Ecke so bekommen, so von wegen, an sich ist scheißegal, welche Line du bringst. Sei einfach nur der Überzeugung, dass die krasseste Line, die jeden jemand gerappt hat und dann kommt sie schon zweimal so gut rüber. Und ich war auch krass überrascht, wie gut die Parts funktioniert hatten. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe ein bisschen weniger Reaktionen erwartet, aber hey, hat gut funktioniert. Aber ich muss eh sagen, nochmal Props ans Publikum. Es gab zwar so ein paar Stellen, so gerade in eurer letzten Runde, wo das Publikum dann so die Geduld ging, so ein bisschen flöten, der Alkohol-EP gesteckt nach oben. Ich muss einfach immer wieder da nochmal sagen, Leute, gib den MCs noch mehr Ruhe. Ich finde, die beiden Jungs haben beide sehr, sehr nice performt, aber mit noch mehr Ruhe ist da noch mehr drin. Natürlich, wenn nice Alliance kommen, feiert, aber ansonsten gib den Jungs Ruhe. Wie sieht es bei dir aus? Hast du geplante Matches? Was steht ansonsten bei dir an? Musikalisch, battle-technisch? Was hast du vor? Wir sind jetzt gerade dabei, uns ein neues Album zu releasen. Dann will ich dieses Jahr noch eine EP machen und ein Beat-Tape. Ich produziere nebenbei noch ein bisschen Beats und dann, ja, schauen wir mal. Dann im Herbst ist wahrscheinlich schon so das nächste Ding geplant. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Du hast auf jeden Fall noch einiges vor in den kommenden Monaten. Wie sieht es bei dir aus? Sind Battles geplant? Hast du musiktechnisch, wir beide haben es schon mal gesprochen, bei dir ist ja auch albummäßig was geplant. Da hatten wir auch schon mal offiziell hier drüber gesprochen. Wie sieht es bei dir ansonsten aus? Also ja, wie gesagt, ich habe ein Album aufgenommen und bin gerade dabei, dafür Videos zu drehen und hier und da Sachen zu klären für Releases und so. Wegen Battle ist noch nichts gefixt, aber Tierster hat so anklingen lassen, dass er so zwei, drei Vorschläge hat und ich schaue mal, wen er mir so anbietet. Und ich habe auch tatsächlich ein Problem gehabt bei der Vorbereitung. Ich habe so unfassbar viel Material gesammelt gegen ihn. Ich hätte locker zehn Runden schreiben können. Und da sind auch die ein oder andere Genomic noch übrig, wo ich sage, die würde ich eigentlich gerne verpacken. Also mal gucken, wenn ein guter Gegner kommt, dann nehme ich das gerne. Ist bei mir auch ähnlich. Ich habe fünf Runden gegen mich geschrieben, aber man darf hier nur drei benutzen. Deswegen habe ich am Anfang in der Cypher gesagt, scheiß drauf, ich schaue alles raus, was ich noch so habe. Auf dem Beat gucken, ob es vielleicht klappt. Ich hätte auch daneben gehen können. Und Pete hat mir voll den Einsatz verpasst, verpasste Art, Alter. Darüber lässt sich streiten. Ich denke, DJ Pete hatte hier auf jeden Fall einen schönen Abend heute in Wien. Ihr beiden auch. Und er hat mehr geschrieben, als er performt hat. Er hat mehr geschrieben, er hat einige Projekte vor, er hat ein Album in der Pipeline. Verfolgt die beiden Jungs, verfolgt weiter, topt ihr Takeover. Und checkt hier nochmal aus, dass Tysos nicht nur A Cappella rappen kann, sondern auch sehr schön freestylen. Er hat ein sehr, sehr nices Finale gegen Chrom gehabt. Und ansonsten bis bald.